So, T-Tricks IBM 230 Alu schweißen. Ich schau dir auf die Finger. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Also, Sekundenpuls machst du da, ne? Das ist zum Heften. Zum Heften. Was machen wir jetzt mit zum Heften? Ja, und das ist mir ein bisschen Gemüse im Draht. Wenn du mir sagt, dass der Zusatz ist, hol ich dir das. So, Werkstück heften. Du siehst das auch so beim Speisen. Ja. Achtung. Ja. Der Martin ist der Beste. Er kann es nicht. Der ist der Beste. So, wir haben jetzt vorbereitet. Die Hefte. Die Einstellung ist dann hergestellt. Jetzt kommt die Kunst. Dühne-Naht, Breite-Naht, Dicke-Naht, Dühne-Naht. Von der anderen Seite machen wir da eine dicke Naht. Dann machen wir jetzt wiederum hier Puls aus. Puls aus. Aber mit 95 Ampere. Das war's, okay? Lass mich das mal hier schweißen. Ja. Schweißen festen hat er. Ja, okay. Ja, genau. Dühne-Naht, Dühne-Naht, Dühne-Naht. Dühne-Naht. Ein bisschen viel Strom. Okay, okay, let's... Das war jetzt der erste Versuch, ok? So, ok? Ok? Wunderbar! Kannst du das machen? Heiß! Ich weiß, ich weiß. Kannst du das mal gerade die andere Seite zeigen? Ja. Von der Seite. Ok, jetzt die andere Seite. Perfekt! Perfekt! Ok, cool!